Ja, der Fall Kern läuft wahrscheinlich auf den Entzug des Erziehungsrechts hinaus. Wir mussten ihre Kinder vor vier Monaten in Heime einweisen. Kindesvernachlässigung, asozialer Lebenswandel und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall bleiben die Kinder zunächst im Heim. Wir wollten euch mal kennenlernen, also ich und deine Schwester. Jacqueline! Gefällt es euch hier? Da, ist schon weit ein Fisch. Sehen Sie meine Mutter? Sagen Sie einen schönen Gruß von Jacqueline und dass ich warte. Wenn die auch. Raus ihr alle! Hilf mir, ich liebe dich. Ist es so schlimm? Schlimm, ist es schön. Nina, du krieg ein Kind. In welchen Monaten? Zweitern, Ludwig. Behalts doch. Hummel, mach keine Dinge. Du heul doch nicht. Scheiße, mit dem bislang Leben. Nina! Aufstehen! Nina! Nina! Ach Scheiße, hab ich verpennt? Ist doch Sonntag. Na komm. Ist gleich 11 Uhr, wir haben noch eine Menge vor heute. Wellness. Dreiunter. Mom. Bitte. � kurz. Ich weiß nicht. Schüssel. Darf ich bitten? Das ist mein Geschichtener Mann. Wegen der Kinder. Wir wollten reden. Das ist doch gar nicht wert. Tschüss, René. Du holst uns doch bald hier raus, ne? Tschüss, Mama. Tschüss, Mama. Tschüss.